mal und willkommen zu einer neuen folge heute spiel ich mal beziehungsweise spielen wir mal meinen engen mit meinem kursen wieder also wir sind mein kursen ja du hast du bei mir abgab ich habe nicht gehört was du gesagt hast dann habe ich jetzt einfach mal gesagt also okay ich gehe jetzt mal wir sollen jetzt da mit dem truck in die mine fahren und dann jetzt muss ich wieder zurück oder was kann man dann angreifen geht das überhaupt ja ich muss jetzt hier hin ja dieser truck ist zu lenken jetzt hätten jetzt alles auch man jetzt haben wir hier eisen und ja was ist dass du für eine anlage ich habe dafür krähtsendry lift on the cargo ship okay gut muss ich das jetzt abladen aber okay oh mein gott alter express nicht dann gehe ich jetzt in die mine rein wie krieg ich dann hat man da schon boxen dann oder wie verstehe ich was meinst du mit boxen ja weil manche schreibt mir aus der mine boxen wenn ich weiß nicht wie man das bekommt nein diese boxen sind die boxen sind so eisen blöcke die du dann aufladen kannst ihre bitte danke und wie kann ich kriege ich jetzt so blöcke die ich abgab habe jetzt wie kannst du einfach mit dem tool aufnehmen pick up tool ok und jetzt auf den truck damit hat es verstanden wie kriege ich das jetzt darauf einfach nur wieder pick up weg machen oder was ja genau ne oder einfach nur mit maus platzieren ich habe jetzt einen fetten block ich glaube ich hätte mit schrack in die mine fahren sollen ich auch egal ja ist das eisen ist ja wahrscheinlich nicht schwer wir können wir das halten ist die frage ich weiß nicht wie viel mein truck mitnehmen kann es freue ich mich auch einfach glaube ich mit der maus platzieren du willst es da haben wo ich steht genau ich habe jetzt einen stein den ich pick up und kann höhe der ist einfach weg ok ich muss hier dieses eisen muss ich hier frei arbeiten damit ich das nehmen kann ich verstehe nimm doch muss alles darum weg machen ich diesen einen block mit transportieren der ist runtergefallen kann man nur zwei blöcke mitnehmen oder was das wird doof ich muss dieses ding komplett frei machen okay okay ich habe es sagen ich muss das eisen auch erst mal erst mal abbauen ja ich muss mir die blöcke erst das eisen anpacken damit ich das ja ich habe die idee wie ich beides mitnehmen kann ich kann einfach eisen in der hand nehmen und gleichzeitig fahren okay stimmt auch hier ja mache ich gerade ich bringe die jetzt einfach hier richtig dieser truck ist so zu fahren könnte ausrasten dieser truck der muss muss ist das dann eher ist das dein ernst ich habe probleme mit dem truck guck mal wie er fährt ich wünsche ich hätte einen anderen truck er ist so scheiß und war schon nein ich dachte ich hänge da fest ja ich habe jetzt darauf geknallt das rutscht nicht von tabletta ja du musst drücken ja habe ich jetzt kapiert schlauberger was hast du wenn ich weiß dann sage ich dir ich weiß du mollock ach wenn der euro für das gefällt ja nicht gut das sand oder was das ist hallo richtig tief das irgendwas zwei dynamit auch mal ich muss jetzt mit der picke die nein hier ist ein bohrer der mahrt und bohrer ist ja okay alter ein paar okay wenn man kann die lox nicht nehmen alles klar man muss immer perfekt den stein auf den trucker planen ich habe glaube ich so sechs dynamit sind ein auf einer stelle gepackt ich habe nicht mal dynamit ich habe das kennt ich habe dynamit seit anfang an dann habe ich einfach gar nicht in der hand du musst du schon klicken ich weiß das habe ich auch schon am anfang das ich habe ich habe die kenya die kenya er kann hier um gibt so viel geld glaube ich ich habe das eisen was man drauf geht ist so kacke ich habe das spiel spaß muss ich sagen ich hätte auch nicht so viel erfahr erwartet muss ich zu die sagt schwarb bringt mich noch okay ich gehe auch mal weiter rein ob ich da auch uranium finde die kenya die kanien dauert das zum abbauen zwei jahre hier ist so ein rotes so was graues mit weißen flecken drauf ich weiß aber ist das ja rubin habe ich ich habe probieren gefunden weiter geht die seltenen sachen die wohl nicht mehr am liebsten ab hier ist auch noch knochen diese knochen blöcke glaube ich auf minecraft mäßig mir silber ok silber bei trucks der nächste kostet der 7000 der weiße und der weiße block und rubin ineinander drin sieht einfach aus wie so ein weihnachtsgeschenk keine ahnung wie ich das gemacht habe hat wenn man mit dem auto auch blöcke kaputt man kann einfach also wenn das geht dann frage in bäden ich glaube das war nun back oder irgendwie sind welche gespawnt und dann nicht angekoppelt ich habe auch schon bei dir hilfe ich habe gold einfach gold ist rauschen kommt wahrscheinlich wegen dem trap geräusch und das hatte ich auch schon davor gehört wo wir das spiel noch nicht gespielt haben naja ich habe richtig gesteckt und fragt jetzt funktioniert das mit dem dynamit gar nicht mehr bei mir wie hast du gar nicht mehr in der hand ja du hast kein dynamit mehr muss man kaufen das ist doch nicht gratis wie teuer ist so ein kack dynamit habe ich nie geguckt habe ich ich habe einfach gar nicht dafür bekommen leute ist das nicht ungefähr oder ist das unfair oder ist das irgendwie was ja ja das ist unfair ich weiß ich weiß es sind vielleicht hat das vater hat essen gewohlen leute der klopft immer so laut ich bin kurz weg mit was ich da bin ich wieder hat wahrscheinlich länger gedauert als erwartet hier ist man essen ok ja ich habe gerade essen mein vater hat essen gebracht und ich habe jetzt keine zeit das zu essen weil ich mir zu viel gemacht ja ich habe auch ein bisschen gut okay ich kann ja während ich esse mit euch reden leute also sorry wenn ich mich nicht bewege ja dann quatsch ich mit euch okay ja eine schöne pizza jeder der jetzt zuguckt denkt einfach ich bin so ein ein wie nennt man das ja ich glaube mein schock kommt hier nicht hoch doch er ist einfach halt dauert natürlich länger als mein leben nicht d d es gibt sogar verschiedene job es gibt so welche wie wir transportieren und aus der höhle holen aber es gibt auch die leute die was ganz anders machen felix leute von heute ich muss erst mal offline gehen ja dann werde ich den reis übernehmen dann bis zum nächsten video so leute dann muss ich jetzt mal ein salg im Moment okay was habe ich gerade nicht verfolgt habe ich auch vielleicht muss ich hier auch ein hoher bei kratz ja und von auf 12.000 und und wir wollen den einfach mal und 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 aber okay no die muss sachen freibohren das ist jetzt in dem spiel marina also können wir eigentlich hier unendlich weiter auch und hier auch unendlich plant okay he her 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 Okay, so I don't know. Also, bei mir, oh mein Gott, das ist gut für die Mineralien. Aber ich weiß nicht, wann ich jetzt Geld kriege, wenn wir nur hier rumfahren und gar nichts verdienen, ist eigentlich nicht so gut. Ja, das ist jetzt meine Frage. Oh mein Gott, der hängt gerade fest. Okay, alles klar. Ich bin so unendlich tief. Okay. 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 ich bin schon so weit oder ich meine hier noch würden ja 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 so come to you were more for the end of the line Vielen Dank. Oh mein Gott, dieser Pizzarand an meiner Pizza ist einfach so groß. Der ist einfach dreimal so groß als normale Render. Der ist groß. Der ist einfach so groß. Der ist einfach so groß. Also bisher habe ich kein Geld für mich. Okay. Hm? Ah. also irgendwie habe ich das gefühl dass das einem einfach nicht okay hmm Okay. Maddie, um, Papa, Sie take the pill? Okay, ich glaube, das nächste, was wir uns kaufen, ist für sieben Pausen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, das bringen wir nochmal weg. Okay. Und dann ist es auch Schluss für heute. Hm, einfach am Ende. Ähm, wenn ich fertig bin mit Essen, brauche ich ein Video werden. Doch, weil kein Essen macht unglücklich. Haha. Ja, sonst war Hunger, dann bin ich nicht. Da gibt's ja auch Sinn. Okay. Okay. Und Abos, natürlich. Und dann würde ich einfach mal sagen. Das war's für heute. Und ciao. Ciao. Ja.